Als nächstes darf ich Joachim Kuhspitz zu mir bitten. Herr Kuhspitz, schön, dass Sie da sind, Ihre Geschichte heißt Sein größter Auftritt. Unsere Fragen haben Sie ja schon beantwortet, Sie waren ja schon bei uns zur Lesung. Wer das nochmal anschauen will, muss auf unserer Bücherbuffet-YouTube-Seite uns dann nachschauen. Man kann erst ganz genau nachgucken. Genau, deswegen heute eine andere Frage für Sie. Sie haben ja auch schon einen Roman bei uns veröffentlicht, Steiniger Tod, und schreiben gerade an einem neuen Roman. Und meine Frage ist jetzt die Kurzgeschichten zwischendurch. Was macht mehr Spaß? Roman, Kurzgeschichte, ist das eine zur Abwechslung und das andere das Hauptgeschäft? Oder wie kann man das verstehen? So ist es das eine zur Abwechslung, das andere als Hauptgeschäft. Die Kurzgeschichten machen viel Spaß, lassen sich schnell mal einschieben. Während ein Roman natürlich eine lange Angelegenheit ist, mit vielen Korrekturen etc. Also es macht beides Spaß. Ich freue mich immer, wenn eine Ausschreibung kommt von einer Kurzgeschichte. Ja, super. Dann lassen Sie immer gerne mitmachen, das freut uns auch. Okay, wunderbar. Das wäre meine einzige Frage heute an Sie. Und wir können direkt, genau, das war wirklich ein kurzes Kurzinterview. Und jetzt geht es weiter mit Ihrer Kurzgeschichte. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020